Borussia Mönchengladbach bereitet sich auf einen möglichen Abschied von zwei seiner beliebtesten Veteranen vor, Patrick Herrmann und Toni Janschke, beide 33, könnten sich dem Ende ihrer langen und prestigeträchtigen Karrieren beim Verein nähern. Mit 16 Saisons in der Bundesliga deutete Janschke in einem Interview mit Sky an, dass dies seine letzte Saison als Profispieler sein könnte. Obwohl er die Möglichkeit, weiter zu spielen, nicht völlig ausschließt, erkennt er, dass das Ende nahe ist. Bei nur noch sieben verbleibenden Pflichtspielen in dieser Saison bereitet sich Janschke darauf vor, seine Karriere auf dem Rasen zu beenden und damit eine Ära bei der Borussia zu beenden. Eine völlige Trennung von der Borussia wird Janschkes Abschied allerdings nicht bedeuten. Der Verein führt bereits Gespräche mit ihm, um über seine Spielerkarriere hinaus mit der Organisation weiter zusammenzuarbeiten. Auch wenn die Einzelheiten noch nicht geklärt sind, ist Janschke bestrebt, dem Verein, der seit so vielen Jahren sein Zuhause ist, verbunden zu bleiben und möglicherweise eine Rolle hinter den Kulissen zu übernehmen, um seine umfassende Erfahrung und sein Wissen über den Sport einzubringen. Unterdessen denkt auch mit Patrick Herrmann ein weiterer Borussia Routinier über seine Zukunft nach. Mit 33 Jahren steht er vor wichtigen Entscheidungen über seinen nächsten Karriereschritt. Mit 305 gespielten Spielen für den Verein ist Herrmann eine Ikone der Fans und sein möglicher Abschied wird sicherlich von Emotionen geprägt sein. Seine jahrelangen Beiträge, sein Können auf dem Spielfeld und sein Engagement für den Verein haben ihn zu einem Liebling der Fans gemacht und sein Abgang wird eine Lücke in den Herzen der Fans hinterlassen. Borussia-Fans sind gespannt, wie sich diese Geschichten entwickeln. Was haltet ihr als Fohlen-Fan von einem möglichen Abschied von Herrmann und Janschke? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren mit und bleiben Sie auf dem Laufenden, um weitere Updates zur Zukunft dieser Ikonen von Borussia Mönchengladbach zu erhalten.